Aber Fans, aufgepasst, ihr müsst jetzt ganz hart bleiben. Nämlich Marvel Studios gab bekannt, dass einige im MCU-Filme total verschoben werden. Bevor ich aber loslege, ich heiße Dennis, rede gerne über Marvel, macht auch gerne das Plus weg. Ja, ihr habt richtig gehört, leider hat Marvel Studios unter der Quelle natürlich zu TH-Error einige Sachen verschoben. Und das sind diese hier. Deadpool 3 kommt nicht am 8. November 2024, sondern jetzt wird vorgezogen auf den 3. Mai 2024. Captain America Brave New World sollte am 3. Mai 2024 erscheinen, erscheint jetzt am 24. Juli 2024. Die Thunderballs sollten am 26. Juli 2024 erscheinen, erscheinen jetzt am 20. Dezember 2024. Fantastic Four, bin ich sehr gespannt drauf, wird leider auch verschoben, vom 14. Februar 2025 auf den 2. Mai 2025. Blade, 6. September 2024, auf 14. Februar 2025, also fast ein halbes Jahr. Avengers The Kang Dynasty wurde verschoben vom 2. Mai 2025 auf den 1. Mai 2026. Und zu guter Letzt, Avengers Secret Wars, verschoben vom 1. Mai 2026 auf den 7. Mai 2027. Also Leute, müssen wir uns natürlich ein bisschen gedulden, dass diese Filme in die Kinos erscheinen. Was sagst du da? Schreib sie in die Kommentare und mach das Plus weg.